Herzlich Willkommen zu einer Digitalisierung des LGB-Elias. Hier in der Urversion, das ist der erste, der hergestellt worden ist, noch mit Heulermotor. Was das ist, komme ich gleich drauf. Ich möchte einmal die Digitalisierung vorstellen. Die ist für die neuen Fahrzeuge 1 zu 1 identisch, weil tatsächlich haben die an den Grundformen nie was geändert, so dass das wirklich komplett wie aus den 60er-Jahre oder so, 70er-Jahre, kann man den 1 zu 1 übertragen. Man löst vorne und hinten jeweils zwei Schrauben und kann dann ins Innere gucken. Sinnvoll ist es hinten an dem Kohlekasten, weil da ist sehr viel Platz, verbauen wir hier den Decoder und das Soundmodul. Das Soundmodul habe ich hier liegend reingeklebt, den Decoder da und dann kommen aus dem Getriebeblock, der Motor ist fest verbunden über so Platten, die kann man wegbiegen und lötet an den Motor zwei Kabel an, führt die hier hoch, dann kann man den Motor anschließen und die Gleiskabel kann man wie gehabt weiter verwenden. Licht vorne, das Kabel kann man hier herlegen, das ist auch dafür bestimmt und kann dann hier Licht verbinden und anschließen. Den Lautsprecher habe ich hier die Schallbox genommen und habe sie hier hingesetzt. Das sieht man nicht, das ist unauffällig und macht einen sehr starken Sound. Ich habe jetzt hier einen Drive-L genommen und habe die Stifte abgeknipst, dass der sehr flach ist und hier gut reinpasst. Es passt hier aber auch einen Drive-M rein. Und dann kann man das Ganze wieder zusammenbauen und entsprechend, ja, dann kann man das wieder zusammenbauen und dann einmal das Fahren. Ich zeige nochmal die Details. Hier blendet leider ein bisschen das Licht gerade. Hier ist es einfach reingeklebt, über Susi angebunden und der Lautsprecher, den habe ich jetzt direkt an das Soundmodul gelötet. Ohne das 5-polige Kabel habe ich abgemacht. Das Kabel kann man hier herlegen. Man kann es auch hier in dieser Linie hier unten herlegen, dann ist es komplett unsichtbar. Da muss man aber hier ein bisschen rausschneiden von diesen Querstäben. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Verdampfer hat diese Uhr-Version nicht. Ich habe gerade mal das Licht angeschaltet hier. Die hat keinen Verdampfer. Die Neuen haben einen Verdampfer. Man kann ja auch einen Gepulsten einbauen. Da muss man halt hier noch ein paar Kabel mehr ziehen. Ich habe auch noch ein anderes Video, wo ich das Fahrzeug auch mit elektrischen und einem Kuppler in einer neueren Version von der Reichsbahn umgebaut habe. Das ist ähnlich. Das sitzt auch alles genauso hinten. Da habe ich auch den, da habe ich glaube ich einen Drive-Am genommen in dem Video. Der Unterschied, die Heulermotoren. Die hatten ein Getriebe, wo der Motor ein Planetenzahnrad quasi angetrieben hat und das hat die beiden Achsen angetrieben. Das war nicht so wie heute, dass der Motor zwischen den beiden Achsen sitzt und die direkt antreibt, sondern das ging über mehrere Zahnräder, Kunststoffzahnräder. Und das hört man halt, dieses Summen von den Zahnrädern. Deswegen heißen die Heuler. Fahren aber butterweich die Fahrzeuge und kann man problemlos digitalisieren. Man muss nur den Entstörkondensator unbedingt am Motor abknipsen. Das ist so eine kleine braune Platte mit zwei Beinen dran. Den muss man abknipsen und dann geht das einwandfrei. Ich gehe mal auf ein paar Sounds ein. Bitte einsteigen und zu den Schiefen vorsichtig bei der Abfahrt. Atomplätze 2, der Dachsinnütze. Thermisierabfahrt 6.60 Uhr. Bitte Vorsicht. Aufkommen. Es ist wieder das S66 Soundmodul eingebaut mit den 40 Einzelgeräuschen. Ich habe jetzt mal ein paar vorgestellt. Die gesamte Liste beinhaltet 40 einzelne Geräusche. Es ist kein Taktgeber eingebaut, sondern per Simulation. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Was vielleicht sinnvoll sein kann, je nach Strecke, man sieht, dass das Fahrzeug hat keine Schleife und nur die Stromabnahme, das kann manchmal schwierig sein. Man sieht das aber auch, dass die SX6 Soundmodule sind immer gepuffert, das merkt man auch hieran, wenn man die vom Geist nimmt, dass die minimal weiterlaufen. Aber ein Mini-Cap zum Beispiel wäre sinnvoll, den kann man auch hier hinter verstauen und legt dann das Kabel einfach hier rüber. Man sieht, das läuft noch so eine Sekunde nach, der Sound, wie üblich bei den SX6. Das ist die SX6. Das ist die SX6. Das ist die SX6.